Moin und herzlich Willkommen aus dem Max-Morlock-Stadion hier im HSV-Net-Radio präsentiert von der Telekom. Daniel Heuer-Fernandes und Geis macht gefährlich zum Tor hin. Heuer-Fernandes mit beiden Fäusten, Nachschuss wieder. Heuer-Fernandes hat die Fäuste hoch, zwei Doppelchance. Valentini war es, der den Abpraller nahm. Lange bei Leverkusen und bei Bayern. Jetzt der HSV aber in der Mitte, Schussmöglichkeit. Nein, knapp drüber, Martenia noch dran mit den Fingerspitzen. Dompey macht das, wo wir gerade bei Bayern sind und Vidal macht das wie Arjen Robben. Zieht in die Mitte drüber und richtig gute Schusstechnik. Ihr habt es gehört, ich habe den schon drin gesehen. Und dann der Seitenverlagerung von Geis. Auf der linken Seite ist es Mölleteli in den Schraffraum. Nochmal schießt und ganz knapp vorbei. Da war doch ein HSVer dran. Von der linken Seite Dompey und Leibold jetzt mal kurz gespielt. Leibold raus auf Meffert, den wir im Daumen erwähnt haben bislang. Und dann, ja, Wolli, Direktabnahme. Und dann ist es Mario Vuskovic mit einem Kracher-Wolli. Jetzt Kittel auf der linken Seite an den Schraffraum mit der Flanke. Die wird länger und länger. Und Tor, Tor, Tor. Bobby Götze, 2 zu 0. Und da war es Reis. Beide reingesprungen, beide jubeln. Aber die meisten sind bei Ludovic Reis. Und wir geben ihm auch das Tor. Von wegen, 90 ist der plus 3, Achtung vor Nürnberg. 90 ist der plus 2, Achtung vor dem HSV. Ja, ich muss auf Video gucken, wie das Ball hat berührt. Aber ich glaube beide. Aber ich sage, dass Bobby das Tor schießt. Und ich liebe das. Egal, wer es gemacht hat, Hauptsache Gewinn. Ist egal, die drei Punkte sind für uns. Und wir fahren jetzt nach Hause mit einem guten Gefühl. Und ja, geht es weiter. Ja, genau. Also ich habe das Gefühl, dass ich dran war. Ludo, auf einmal, ich drehe ab zum Jubeln. Auf einmal sehe ich alle, dass alle zu Ludo laufen. Dann habe ich gefragt, ob er den Ball berührt hat. Er meint auch, dass er den Ball berührt hat. Also wir haben beide das Gefühl gehabt, dass wir den Ball über die Linie gedrückt haben. Ja, aber am Ende egal. Wenn ich das Tor gemacht habe, freut mich. Und wenn er es macht, auch. Er hat auch ein super Spiel gemacht. Hätte sich auch verdient. Aber es freut uns einfach. 2-0 zu 0, ein Auswärtssieg. Super, super Ergebnis. Ja, ich glaube, dass wir ein gutes Spiel haben gespielt hier als Mannschaft. Und ja, die zweite, die second half war ein bisschen schwer. Die drücken uns auf Englisch. Die drücken uns auf der 16. Auf links. Aber ich denke, wir haben einen wirklich guten Job in der Back. Wir haben nichts gelegt. Und wenn man das Spiel in der Ende so kann, kann man das nicht so gut gewinnen. Ich habe diese Woche 100 Fragen, weil wir die Ball oder nicht gewinnen. Aber ich würde gerne sehen, dass Bobby gespielt hat. Und ja, es ist egal. Drei Punkte sind für uns und wir gehen nach Hause. Es war ein relativ offenes Spiel. Ich denke, wir haben eine souveräne Leistung gezeigt. Und insgesamt auf jeden Fall, denke ich, verdient gewonnen. Das Tor, gut nach einer Ecke, abgeschlossen und dann souverän hinten verteidigt. Hätten noch mehr Konterchancen uns rausspielen können. Und dann aber, wie gesagt, 90 Minuten gekämpft und dann am Ende noch das 2-0 nachgelegt. Deswegen insgesamt auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Ja, ich glaube, dass wir eine gute Mannschaft sind und wir sind gut mit allen. Wir reden mit allen und das ist unser Starke. Und ich glaube, dass wenn wir so ein Spiel spielen, müssen wir alles gewinnen. Und, ähm, oh, mein Bruder ist so, irgendwie, äh. Nein, ich glaube, wenn wir nur umzuladen und uns selbst fokussieren, ähm, tun die Dinge, was wir tun können. Und, ähm, die Dinge, die wir besser tun müssen, können wir, um es zu arbeiten. Und, ähm, es wird weiter. Vielen Dank.